Hi Leute und willkommen zurück zu The Outer Worlds. Im letzten Part haben wir es geschafft, den Strom umzuleiten weg von der Stadt zu den Deserteuren hin und ich glaube, wir werden draußen irgendwie schon erwartet. Ja, vielleicht werden wir gleich verhauen, ganz doll. Kann sein. Aber was von Beliebe? Irgendeine Stadt, die keine Zukunft hat, weil sie irgendwelche Monster verarbeitet, die in Konservendosen gequetscht werden, wo viele Leute sind, die nicht zufrieden mit ihrem Leben sind oder eine andere Stadt, wo die Leute anscheinend sehr zufrieden mit ihrem Leben sind. Da muss man schon mal so schauen, wie das das Beste für andere ist. Na. Okay. Können wir da, den ich verhauen will? Warum soll ich jetzt zu ihm? Das verstehe ich nicht. Das muss ich doch. Oder nicht? Wie blöd? Wann war denn das andere? Jetzt müsste der Energieregulator stehen. Genau. Halt, stopp, falscher Knopf. KD. Also müssen wir das machen, wenn wir das machen können. Oh, schlechte Stimmung in der Stadt. Oh, ha. Vielleicht noch einen anderen Weg. Ich weiß nicht, ob die mich da jetzt einfach reinlassen. Ich habe meine ganze Leben in die Cannery. Du musst sehr stolz sein. Was soll ich jetzt machen? Oh, es ist du. Reed hat mir gesagt, ich sollte dich erwarten. Er ist in der Stadt. Das ist jetzt die Polizistin. Ist auch alles versiegelt. Ist nicht cool. Eheh. Eheh. Ja, ja. Gehen wir mal runter. Gibt es sowas wie eine Lampe? Ich meine, das Schwert leuchtet schön. Gucken. Einstellung. Hm. Nicht das, was ich gesucht habe. Du musst wissen, was ich meine Bile chürtisch? Edgewater hat sich erlebt, die Kaffee zuerst. Plague, Marauders, desertion. Dann, du wandert in die Stadt. Und ich war so damn sure, unser Glück war zu sein. Ich wusste nicht, wie ich war. Ich wusste nicht, wie ich war. Just answer one question. Why'd you do it? As I ride, I'm dying to hear this. Please, educate me. Liberating? Edgewater is my home. The only home I've ever had. I put down roots here. Gave decades of my life to this place. I never asked to be liberated. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Apologies won't give us our lives back. But for what it's worth, I am sorry too. Sollen wir ihn umhauen? 15.000, fast das nächste Level. Okay, go quiet. Keine Zeit für ruhig. What was that? I think... Sorry. Yes. Das ist noch nicht gut. Jetzt sind wir nicht wieder hochzukommen. Okay, jetzt haben wir zum Schiff. Heißt doch eigentlich, wir... Vielleicht der Trigger, danke. So müssen wir doch hochkommen, ne? Genau. Nein. Und tschüss. Und hier von denen kann man auch ein paar Quests bekommen. Denn jeder, der hier arbeitet, muss sich seinen Grabstein kaufen und den mit Arbeit abbezahlen. Das heißt, im Prinzip arbeitet man in der Stadt nur, damit man sich irgendwann ein Grab leisten kann. Und der will, dass man von ein paar Leuten das Geld für seinen Grabstein schon mal eintreibt. Die Quests habe ich vorhin gesehen, aber die habe ich nicht mit aufgenommen oder gemacht. Das heißt, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. so der andere müsste jetzt hier sein lauft was mit dir los jedenfalls gesagt dass er dann zum schiff kommen würde ich habe mich überrascht ich habe mich überrascht ich habe mich überrascht Aber... kann ich mit dir kommen? Ich könnte auf deinem Auto, ich weiß meine G-Valves von meinen Katalysern, und ich kann deinem船 singen. Und wenn du ein paar Augen brauchst, ich kann das auch machen. Was denkst du? Ja! Ich meine, danke. Du wirst dich nicht vergleichen. Kapitän? Ich kann dich jetzt Kapitän nennen. Ich habe einen Kapitän. Da steht der andere schon. Jawohl. Such dir auch mal ein schönes Zimmer aus. Ich weiß nicht, dass die Stadt von Edgewater ist jetzt ohne Kraft. Ich empfehle dich zu tun, um sie zu verabschieden. Was kann ich für dich, Kapitän? Ich weiß nicht, Kapitän. Du kennst dich, wie ein Power Regulator installieren? Das ist... Ich weiß nicht, Kapitän. Du hast die Technik für die Technik verabschiedet werden. Unsere Fahrzeug befindet sich hinter dir. Über die Cargo Bay. Okay. Aha. Das ist irgendwo war doch... Genau, hier hinten. Mit dem Ding kann man seine ganzen Stats zurücksetzen. Mit dem Ding kann man seine ganzen Stats zurücksetzen. Ich wusste irgendwo war noch was. Ich weiß nicht mehr... Ich wusste nicht mehr, wo das ist. So, Zeit hier abzuhauen. Bist du bereit? Was kann ich für dich, Kapitän? Alle Systeme sind mit unacceptablen Perimetern. Ich bin bereit, das Unreliable in eine hohe Orbe. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Wir haben eine Kommunikation von Dr. Phidias Welles bekommen. Aha, da bist du. Heil und Heilig, und Captain von deinem船. Ich sehe, du setzt das Unreliable zu guter Use. Schade, der Former-Captain. Horrible, wie zu sterben. Wie fühlst du, von der? Ich habe mich in die Cave in der da unten. Experienziert irgendwelche Unnachrichten? Das ist ein perfekt normaler Side-Effekt von Thawing, ich assure. Was du gesehen hast, in Emerald Vale, ist alles über die Kolonie passiert. Food shortages, lack of supplies, und basic necessities. Wir sind sterben. Der Herr, der Herr, der Herr, und alle ihre Lacken auf dem Board sind zu schulden. Die Hope hat einige der brightest Minds, die Erde uns selbst senden. Wenn wir die Hope's colonen, können sie uns helfen, können sie uns helfen, die die Probleme zu machen. Sie können uns helfen, die Dinge richtig zu machen. Du musst nach Stellar Bay auf Monarch kommen. Ich habe Kontakten da, sie will mir helfen, helfen uns, finden die Chemikalien, um die Kolonischen Kultein zu schulden. Gladys Kalkeli, eine sehr schöne Frau, führt ein kleines Lacken-Marketing-Outfit, auf der Groundbreaker. Sie kann ein Nav-Key auf die Stellar Bay auf der Stellar Bay. Excellent, I'll send her a wireless, let her know you're coming By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design Cutting edge technology years ahead of its time I call it the holographic shroud I'm sure it will prove remarkably useful to you You'll find it in the captain's quarters Excellent, I'll contact you once you've found a way to get to stealth If you have any questions, come see me in my lab And remember, don't trust the board They'll try to win you over with promises of wealth and power But it's a lie The board's only interested in filling their own pockets If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground Transmission ended If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal Can I not Ach so Da muss ich das machen Okay, da ist sein Labor Boah Da ist die Ground-Breaker Da ist die Ground-Breaker Das gehört, das ist eine große Astroide von Helder New Message from Doctor Wells He'd like to congratulate you on finding a route to Monark Kaskadea ist mit gefährlichen, sehr aggressiven Kreaturen, mehr als Capable von Tearingen, limb von limb. Du musst ein Lunatik sein, in Kaskadea. Und ich bin rechtlich sicher, dass ich dein Gehirn testet, für incipient Signs von Insanity. Verwählen Sie mit Gladys Kullkelly. Also ich kann erst einen Umweg machen. Oder ich kann es einfach so versuchen. Wir sind auf jeden Fall hier hin. Willkommen auf den Systemkarten. Ja, 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 ja. Okay. Wie sonst dieses Hologramm-Dingens holen, ne? Genau, hier kann man essen. Hier können wir auch noch ein paar Sachen mitnehmen, weil man nichts Wichtiges, glaube ich. Jetzt müssten wir gucken. Spaces Choice. Hat er sich hier komplett eingerichtet? Ist hier verrückt? Ja. So, hier ist unser. Wie nix drinne. Ist das so ja nicht... Würdest du dir eine Erinnerung an, wann dein nächstes Shower ist scheduled? Nein. Holomantel. Der Holomantel projiziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebiet gibt, sofern du dafür eine passende Ausweismodul verfügst. Okay. Lul. 14.400. Sprich mir, Gleiters auf der Ground. Ja. Äh, Elethorfon. Gelesene Nachrichten. Gelesene Nachrichten. You, Bradford, Wingman, Whitford. Der Trump-Piraten. Tja. Hier war auch noch so ein oller Säbel. Irgendwo ist noch ein Robot, den man umbauen kann. Ah, hier. Den habe ich nämlich schon mal in einem Video gesehen. Hier wollte ich gucken, ob hier irgendwas... Aber wo ist denn jetzt der andere? Er war eben nicht dort. Willkommen zurück, Captain. Äh, Oh, was er... The unit is a Cleaning Sam. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine... What part of the colony would you like to discuss? Uh... Groundbreaker. We're cleared to dock with the Groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking for... May luck be with you. Of course, as I am sure you are. Okay. We've arrived at the Groundbreaker. Ja, das hast du mir eben schon mal gesagt. Wir sind immer noch nicht da drin, du Schiff. Was? Ja, natürlich. Äh... Ja, aber wo ist jetzt der andere Typ? Ich war oben in alle Dinger drinne. Hä? Mach dir selbst at home, Captain. Suchbegriff Sam. Äh... Ach, er hat irgendwelche Teile nicht bekommen und musste jetzt... musste deshalb, dass den Umbau von dem Roboter verschieben. Ja. Und was ist denn der andere Typ jetzt? Das ist sein Zähn nämlich an mit... Das... Okay. Tja, ich wollte den anderen eigentlich mitnehmen. Ich dachte, man kann mehrere Leute mitnehmen immer. Aber irgendwie... Finde ich den nicht. Wo ist der denn? Los. Ähm... Okay, man kann noch eine Menge mehr Begleiter bekommen. Ich dachte, man bekommt zwei, drei oder so. Okay. Da jetzt mecke er nicht. Sonst bleibst du hier. Dann hast du einen Grund zu mecken. Wer hat wen geschlagen? Wer hat wen geschlagen? Irgendeine hat irgendjemanden Schläger geschlagen. Okay. Ja. Okay, dann sehen wir uns auf der Groundbreaker im nächsten Part weiter um. Ähm... Wie es weiter kann ich nicht? Das ist ja... Da steht doch, dass es bis 60 geht. Ich glaube, es ist 100. So, Vorteile kann ich noch verteilen. Ähm... Ähm... Was? Und was denn noch? Oh, ich habe keine Ahnung. Zusätzlich Rüstung wäre schon cool. Muss ich später mal gucken. Können wir ihn noch mal angucken, was er hat? Oh. Und ne, Teleskopstange. Die hat 75. Magst du das Ding nehmen? Und Rüstung hat er 9. Und Dialogfertigkeit. Geben wir auch noch eine Nahkampfmaske. Jo. Okay. Dann sehen wir uns hier im nächsten Part. Wenn wir die eine Frau gefunden haben, die uns dabei hilft, dass wir hinten auf dem anderen Planeten rechtmäßig landen dürfen oder so. Ciao, Leute. Vorher geht's. Auf Wiedersehen.